jetzt heißt es genau maß nehmen denn noch sind wir in der abwärtsbewegung aber es ist offensichtlich noch alles in ordnung denn die von mir genannten marken so in der gestrigen oder vorgestrigen ausgabe hier dieses updates am nachmittag dort hatte ich ja genannt da ist noch ein bisschen platz da beim dow jones wir sehen das hier das ist der dow jones future wäre die die erste zielmarke eigentlich 33.700 mit realistischer chance eigentlich noch mal bis 33.000 sagen wir 500 oder sogar 400 runter zu gehen alles bis 33.300 wären noch alles in ordnung und tatsächlich ist die abwärtsbewegung ja abwärts aber eben auch noch nicht so wirklich mit druck ausgebildet wir sehen die bewegung hier im fünf minuten chart wenn wir mal gucken alles links von diesem hoch das war noch aufwärtsbewegung und ab diesem hoch hier geht der markt nach unten manch einer würde jetzt sagen das sieht nicht gut aus wir sind schon 1,4 prozent na gut was sind 1,4 prozent aber für die kurze zeit kann man sagen es ging ja immerhin nach unten aber ihr seht dass wir immer wieder gegenwehr haben und diese gegenwehr ist doch massiv überschneidend und deshalb hat man den eindruck also richtige panik richtiger druck ist nicht da alles in ordnung das ausmaß ist noch völlig in ordnung für ein immer noch fortwerdenden bullenmarkt bullenmarkt die abwärtsbewegungs ja muster sind noch klassisch für eben noch keinen großen trendwechsel also aktuell sieht es alles noch danach aus nicht verwirren lassen dass wir hier ein oszillator das jetzt ja unser eigener born oszillator hier aber und dieser oszillator hier gerade dreht das ist zwar erst mal ein zeichen für schwäche im sinne von jetzt nicht unbedingt noch kaufen allerdings wir sehen dass hier der finger dann auch irgendwann an zu drehen und das kann durchaus noch ein bisschen weiter hochgehen wir hatten ja auf tages ebene so halbwegs mal angedeutet so irgendwie 1 2 3 jetzt vielleicht ein bisschen runter und dann noch mal 45 dann hätten wir das ding fertig danach käme die pause die dann hier uns vielleicht ähnlich wie hier wieder runter bringt und dann anschließend die fortsetzung nach oben also das was wir jetzt sehen deutet auch im tageschart ich mache es noch mal ein bisschen größer dann könnt ihr es vielleicht besser nachvollziehen hier im tageschart deutet das bild sich ein bisschen auf jetzt vielleicht nicht unbedingt massiv auf die long seite setzen es sieht ja nach ein päuschen aus die ausmaße haben wir besprochen die haben sich seit gestern natürlich nicht verändert es ist also eher im moment auf dem pausenmodus aber alles ohne panik ohne dramatik ohne irgendwie dass wir massiv sorge haben müssen im gegenteil die abwärtsbewegung sieht sogar sehr korrektiv aus was wir hier haben und deshalb bin ich nicht unzufrieden mit der bullischen seite weiterhin erwarte allerdings dass wir früher oder später es müsste nicht mal sofort sein es wäre sogar denkbar dass wir bevor wir hier in die genannten marken reinlaufen nochmal einmal höher gehen danach erst runter auch das wäre nicht auszuschließen aber ihr seht schon meine orientierung ist bräuchten jetzt so langsam aber sicher eine pause ob die jetzt sofort uns darunter führt oder mit diesem umweg das ist etwas was wir im übergeordneten wahrscheinlich abwarten müssen so aber im intraday chart was kann man davon aus was kann man davon halten naja ich habe es eben schon erwähnt die abwärtsseite ist sehr korrektiv das lässt vermuten dass wir früher oder später nochmal hoch kommen seit diesem tief das ist das jüngste tief was wir hatten oder streng genommen sogar dieses hier das sind die tiefs zwanzigste april um am nachmittag 16 uhr circa das war jetzt zwanzigste um 21 uhr und seit diesem tief ist allerdings die bewegung nach oben ebenfalls mit 1000 überschneidungen das heißt das was wir hier haben das ist ein frommer wunsch aus meiner sicht nicht das klassische bild natürlich kann auch hier der markt nach oben explodieren wenn irgendwie was ganz eigenartiges auftritt aber das verhalten ist nicht typisch für einen solchen anstieg deshalb sollte man nicht jetzt sagen ich bin ganz fest davon überzeugt dass das passiert möglich ist es die marktteilnehmer bereiten sich allerdings aktuell noch nicht so richtig drauf vor sonst hätten sie hier mehr druck und eben nicht so viele kursüberschneidungen das wäre eher etwas untypisches dass das jetzt hier an der stelle passiert na gut also insofern vielleicht heute nachmittag noch ein bisschen stärke wir sind also stärke ich will es fast gar nicht sagen vielleicht geht es ja noch ein bisschen hoch aber eben nicht mit stärke sondern ich finde genauso mit schwäche das heißt eigentlich schwach runter eigentlich schwach hoch naja korrektur modus halt und deshalb eher etwas zum füße still halten oder eben auf einer kleineren ebene zu schauen ob man da etwas sieht das ist natürlich nicht großartig anders wenn wir auf den s&p gucken die marken hier die sind nach wie vor die von gestern da erzähle ich euch nichts neues die will ich euch nicht wieder vorbeten gucken wir so ein bisschen auf den aktuellen fünf minuten chart um so das nachmittagsgeschehen vor weihnachten hätte ich weiß jetzt auch vom wochenende na gut nochmal mitzunehmen das tief hier seitdem ist der kurs auf dem weg nach oben wenn ich das mal hier so halbwegs nachzeichne diese bewegung also so richtig überzeugt bin ich davon noch nicht gefällt mir allerdings etwas besser als der dow jones hier könnte ich wenigstens noch sagen das war eine erste aufwärtsbewegung dann hatten wir hier eine sehr umfangreiche sehr tiefgehende pause nochmal so zur erinnerung wie tief ging die runter dann messen wir nochmal vom tiefsten punkt zum dann höchsten punkt und dann sehen wir wir sind sogar unter die 78 6er marke gefallen und viele die mich verfolgen die wissen dass das statistisch gesehen dass es dann einen richtig tollen anstieg gibt nicht unmöglich überhaupt nicht unmöglich ist aber eben nicht das ganz klassische bild ist und deshalb muss ich sagen wenn ich da etwas zurückhaltend mit der bullischen laune hier allerdings anders als beim s&p entschuldigung anders als beim dow jones das hier ist der s&p gefällt mir die bullische seite besser das heißt wenn jetzt hier eins pause dann hier das pause das und jetzt hier eine korrektur ist dann kann ich mir immer noch vorstellen naja wohl eher long also für das kurzfristige bild jetzt vielleicht vor dem wochenende in anbetracht dessen dass auch das ganz klar korrektiv ist die gegenbewegung die gegenbewegung überschneiden sich ja alle sehe ich eine gewisse chance dass wir hier vorläufig eher nochmal das aufwärts bild haben dafür sollte er hier ich mal das mal ein bisschen daneben allerdings wirklich jetzt hier den schub hoch machen ich mache es ein bisschen steiler um ein bisschen eher da zu sein dann irgendwie was korrektives hier hin zaubern das werden wir jetzt sehen ob das so ist im moment fällt er relativ steil runter können das hier so ein bisschen wie die live schalte im sportstadium machen also er kommt jetzt steil runter wäre er so halbwegs so runtergelaufen wäre das für mich ein long trigger eigentlich versaut er das schon dass er so tief ist weil auch das chance risikoverhältnis nicht mehr so gut ist das heißt die long seite gefällt mir besser aber wir sehen schon dass die markteilnehmer zurückhaltend sind dieser geschichte gegenüber sonst würden sie sich nicht so viel wieder von wurst vom teller nehmen oder gurke heutzutage wenn man nicht mehr fleischfresser sich zu den fleischfressern zählen mag also das ist nicht so ein tolles zeichen im moment würde ich eher die long seite wenn er dieses zwischen hoch hier nimmt ich muss aber sagen wenn das tief so niedrig ist dann wird das mit den gewinn zielen da hinten irgendwie dann doch ganz schön eng also es kann natürlich auch höher gehen das ist durchaus gegeben aber so diese mindest zielgrößen und wir müssen ja immer vorsichtshalber mal sagen also wenn ich das mindest ziel gut verorten kann und das noch nutzen kann dann bin ich ja erstmal safe ihr seht so richtig trade freudig bin ich bei der geschichte nicht ich würde aber sagen vorläufig ist die long seite noch ganz gut einigermaßen gut aber spätestens wenn wir hier sind dann würde ich wieder argumentieren ist das nicht korrektiv drei welle nach oben trigger hier weiterhin in der abwärtsseite die allerdings zugegeben wir sehen dass hier ganz schön korrektiv ist starke gegenbewegung starke bewegung hier wieder dann wieder eine gegenbewegung und so weiter also irgendwie mehr abwärts auf jeden fall und naja deshalb an dieser marke das ist das zwischentief vom 21 13 uhr also heute 13 uhr bei 4140 gemessen auf dem future aber ihr könnt euch auf dieser tiefmarke hier orientieren spätestens da sind die bullischen ideen rum wer mag könnte dieses zwischen hoch hier um viertel vor vier als ein kurzfristiges long signal noch mal nehmen und zu sagen okay da steige ich entsprechend ein wenn wir da drüber sind unter der akzeptanz dass das crv nicht so gut ist in der hoffnungs frohen erwartung dass es zumindest ein bisschen hoch geht für mich ist das nicht so schönes crv deshalb ist das hier kein konkretes trade szenario für mich aber für euch als orientierungshilfe einfach sei es als filter dass ihr sagt okay wenn es so aussieht dann ist die long seite wohl zumindest mal für ein paar stunden oder für viele minuten für ein paar stunden die möglicherweise etwas bessere und wir sehen das würde ja dieses bild noch nicht mal kaputt machen wenn der kurs noch mal hier hingeht im sinne einer a pause b also und dann die c seite die wir dann hier vielleicht in irgendeiner form in dieser richtung hier bekommen so also insofern hier haben wir zumindest kurzfristig was womit ich noch was anfangen kann einigermaßen gucken wir mal auf den nasdaq ob es dann noch schöner ist der jones habe ich ja gesagt komme ich gar nicht mit klar und der nasdaq sieht ein bisschen ähnlich aus wie das was wir beim s&p hatten hier war nur das tief heute nachmittag 13 uhr der tiefste punkt das heißt wir haben hier eigentlich einen schönen fünffäller und ihr denkt immer dran wenn ihr so ein fünffäller habt da könnt ihr gleich jetzt den hardcore test machen ihr habt so eine bewegung dann kommt der kurs runter dann könnt ihr hier messen und ihr wisst er muss hier reinlaufen und das dreiwellig oder korrektiv das heißt mit überschneidung ich scroll noch mal raus damit ich sehe kurs kam wirklich von oben ist lange zeit der tiefste punkt gewesen also sprich wenn er jetzt hier das macht wäre das mein long einstieg und jetzt gucken was hat er gemacht okay er ist durch die marke raus damit habe ich gar keine chance hier in irgendeiner form auf der long seite zu sein es war ein netter versuch es wäre für mich ein trade signal gewesen wenn er das in irgendeiner form so gemacht hätte er will es aber nicht wir sehen wir haben hier zack zack und runter viel zu tief und somit hat er sich selber ins knie geschossen und meine trading überlegung erst mal ad acta gelegt also ihr seht es ist klar korrektiv auch beim nasdaq ist es so in der abwärtsseite das sollte nicht zu sehr wundern denn ja wir gehen ja davon aus dass diese bewegung hier innerhalb einer korrektur ist die ziele bleiben die von gestern vielleicht 12.900 in etwa beim nasdaq future dann wären wir so trendkanal konform die anderen marken kennt ihr noch von gestern schaut euch das video notfalls noch mal an das hilft macht ja nichts wenn ich das jetzt jedes mal wieder neu dann hier einzeichne und mit euch durchgehe wenn sich da nichts verändert also ich muss sagen vom wochenende ich bin weniger muse die markteilnehmer auch nicht sie lassen sich nicht hinters licht führen und kaufen hier blindlinks dementsprechend entweder zwischendurch mal short mitnehmen der short würde dann eben bedingen dass wir umgekehrt so was haben in der hoffnungsvollen erwartung dass es dann eben noch ein bisschen weiter runter geht die ziele liegen ja noch etwas tiefer 100 punkte hier beim nasdaq future ohne weiteres noch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ob er die heute abend noch erreicht werden wir sehen aber ausschließen würde ich das nicht dass man vor dem wochenende sagen ach komm was wir weg haben haben wir weg schließen wir lieber die position und sichern damit die gewinne die wir vielleicht hier in den letzten tagen hatten so dann haben wir noch den dax zum abschluss der dax ist mit der positivste in dieser geschichte denn der hat seitdem tief gucken wir noch mal ganz kurz raus scrollen ja okay das war der tiefste punkt seitdem hatten wir immerhin einen starken anstieg einen ganz klar korrektiven rücksetzer gucken wir uns hier mal die höhe an die ist hier auch wahrscheinlich grenzwertig ihr seht das für meinen geschmack also keine longposition da bin ich penibel wenn er da durchgeht bin ich raus aus der longüberlegung könnte man sagen schön doof rüdiger das ist doch genau dein ansatz korrektiv runter warum korrektiv weil die kurse überlappend waren überschneiden das ist höher als der da das ist ein ganz korrektiv muster dann würdest du doch normalerweise davon ausgehen dass das hier hinten noch mal kommt ja genau das haben wir gesehen also insofern hat der dax sein mindest ding erreicht wer das jetzt hier gemacht hat und nicht sich an meine 78er regel gehalten hat hat hier einen wunderschönen gewinn trade gemacht wie gesagt für mich zählt das nicht wir halten uns da an die 78er regel einfach aus statistischen gründen aber ihr seht dass auch statistische regeln nicht zwangsläufig immer zum exakten gleichen ergebnis führen sondern eben nur durchschnittlich zu dem richtigen ergebnis führen aktuell doch noch bullisch noch sehe ich hier keinen grund zwingend zu shorten also um himmels willen das positivste was der dax jetzt erleben könnte wäre etwas was so aussieht wobei dieser rücksetzer ähnlich groß ist wie dieser aber nicht mehr unter das zwischenhoch von das habe ich jetzt falsch gezeichnet hier das zwischenhoch vom 21 april 10 uhr heute 10 uhr da sollten wir dann nicht mehr drunter gehen also korrektur irgendwann ja ähnlich groß wie diese hier vielleicht muss nicht exakt gleich groß sein aber so ungefähr ähnlich aber solange die oberhalb dieser marke bleibt hier ist das alles safe dann hätten wir nämlich eine echte chance hier in fünf welle zu bekommen und der wiederum hat die besten chancen wenn der kurs eine a b c macht anschließend ja noch mal wieder auf die long seite zu gehen also der dax hat die anlage für weiterhin bullische situation braucht aber entweder die vierte welle korrektur für diesen hinteren arm noch beziehungsweise die gesamt korrektur dieser strecke vom tiefpunkt zum hochpunkt der tiefpunkt war heute um 9 40 in etwa um dann diese gesamtstrecke zu korrigieren irgendwo hier in die mitte dieser bewegung um anschließend dann nach oben zu gehen also sind durchaus bullische szenarien noch möglich bedingt aber das zwingend dieses und gegebenenfalls später dann dieses korrekturmuster kommt um das zu bestätigen und für mich zumindest mal die entsprechenden einstiege dann zu bringen also das ist die positive nachricht sollte der kurs jetzt kleinere korrekturen machen sind das auch gute zeichen also sollte korrektiv aussehen dreiwellig oder wie ich eben mehrmals beschrieben habe überlappend dann sind das wenn die kleiner sind als die vielleicht interne wellenmuster das wäre für mich ebenfalls völlig in ordnung dann wären das dann entsprechende zwischen longs die man da noch mal machen kann wo ich jetzt sehr penibel wäre wenn er sagt nö a b c fertig jetzt machen wir schub runter und wackelig hoch dann ist definitiv der abwärtsseite und genau das wollen wir ja nicht bei einer longen richtung also dann wäre zumindest nach so einer geschichte anschließend die abwärtsseite noch mal die realistische und dann sind wir nämlich ruckzuck in einer a b c korrektur alles fertig wir nehmen den trend wieder auf und der trend war insgesamt ja abwärts also das wäre ebenfalls noch möglich dafür müsste er aber eben nicht korrektiv runtergehen sondern stark schnell wenn ihr da keine idee habt wie stark und schnell aussehen kann naja orientiert euch an so einem verhalten beispielsweise oder orientiert euch an so einem verhalten was wir hier haben oder orientiert euch an so einem verhalten was wir hier haben also ihr seht die kuh ist noch nicht gelutscht hätte ich fast gesagt der drops ist noch nicht vom eis so richtig mag sich der markt nicht festhalten festlegen aktuell in alle richtungen nicht so richtig schön der dax noch einigermaßen gut an der aktuellen situation die amerikanischen indizes machen da ein etwas sorgenvolleren eindruck da deutschland bald zu macht und dann nur noch amerika regiert müssen wir uns natürlich gedanken machen ob der dax future der dann seine impulse quasi aus amerika bekommt und nicht mehr aus deutschland wenn der markt ja ja zu ist naja dann können wir davon ausgehen dass das auf den dax future vielleicht nicht super praktisch sich auswirkt das werden wir dann aber wohl noch sehen also in diesem sinne macht's beste aus der aktuellen situation und wenn ihr gar nichts erkennt dann machen wir das so dass wir sagen und halten nicht dann warten wir bis es wieder schön aussieht und dann machen wir wieder mit in welcher zeitebene und in welcher richtung auch immer in diesem sinne euch alles gute falls ihr uns vorher nicht mehr sehen sollten ein wunderschönes wochenende und macht es gut ciao ciao